1, 2, 3, go! eigentlich weg ist, ist da hat echt was mit dem Tod nicht hingauen und ich hab das dann einfach gelöscht. Und ich weiß jetzt aber gerade gar nicht, wo wir hin müssen. Muss mal gucken. Ich glaub sogar, wir müssen unten weiter. Und ja, das Lustige ist, ich hatte, bevor ich den letzten Part aufgenommen hab, am selben Tag hatte ich was anderes noch aufgenommen und da hab ich dasselbe erzählt wie in dem Mario & Luigi Part und den musste ich vorher auch löschen. Also, ja, okay, ich bin hier falsch. Seid ihr bereit für Grenzsprung 2? Nein, weil ich möchte nicht zurück. Okay, dann auf Wiedersehen. Ja, Dankeschön. Ja, und ich werd jetzt einfach mal was anderes erzählen. In der Hoffnung, dass ich den Part dann hochladen kann am Ende. Aber jetzt muss ich ja nochmal durch, Alter. Na gut, ich hab schon den Dreh raus, wie ihr seht, obwohl ich da gerade zum dritten Mal erst lang klatsche. Also einmal hin, einmal zurück eben und jetzt wieder hin. Und ja. Dann gucken wir mal. Wir kommen jetzt, äh, ich weiß gar nicht, kommen wir da oben jetzt rauf? Also wir können jetzt L drucken und dann B und dann nochmal B und dann springen wir so hoch. Und wenn wir Mario vorne haben, können wir das Ganze mit A machen. Ne, können wir auch mit B machen. Und dann können wir hier rüber switchen. Und ich denke mal, hier geht's jetzt auch weiter. Ich hab mich da noch nicht so ganz eingefuchst, also wenn das ein bisschen dauert, dann, äh, tut mir das leid, nur. Verzeiht mir bitte, ich bin auch nur ein Mensch. Und hier befindet sich aber nichts, oder? Ich muss auch grad sagen, man hört das vielleicht, ich habe ein neues Mikro und das ist richtig groß und das steht genau vor meinen Augen. Und deswegen seh ich grad die rechte Hälfte vom Bildschirm, ne? Deswegen, wenn ich mal was übersehe irgendwie, dann wisst du Bescheid, warum, ne? Weil ich laufe da ja nicht mit Absicht vorbei. Wollte ich mal so gesagt haben. Und hier waren wir aber auch schon. Ich weiß nicht, ob ich das aufgenommen hatte. Ähm, sieht aber so aus, als wenn ich es nicht aufgenommen habe. Okay. Ja, das Ganze ist etwas verwirrend hier. Ich glaube, hier werden wir in diesem Part ein bisschen rum latschen müssen. Warte mal ganz kurz, kann ich das hier drauf machen? Äh? Ne. Geht leider nicht. Also hier mal A, B, A, B, ne? Das sieht man. Aber da ist weiter nichts. So, können wir wenigstens hier runterspringen? Ja, können wir. Super. Mir ist wieder sau warm. Ist halt so im Sommer, ne? Könnte es möglich sein, eventuell, dass es ein bisschen warm ist. Okay, hier war ich schon. Hier habe ich diese Attacke gelernt. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen nochmal zu Mr. Bowser. Und da habe ich gerade den Vorspielknopf aus, der sie betätigt. Tut mir leid. Das ist mir im letzten Part schon passiert, den ich löschen musste. So, hier habe ich auch was gelernt. Hier, das ist der einzige Weg zurück. Ich weiß nicht, war ich da oben schon? Super, ich komme nicht mehr rauf. Also ich wäre schon wieder raufgekommen, aber hatte jetzt gar keine Lust zu wechseln da oben rechts. Also achtmal oben rechts. Da seht ihr den Fall. Das wollte ich mal kurz gesagt haben. Ah, hier sind... Das ist der einzige Gegner, den ich übrig gelassen habe. Ich habe nämlich auch ein bisschen gefeitet. Und gelevelt leider auch. Gelevelt leider auch. Das tut mir leid. Das habt ihr ja nicht drauf gehabt. Aber ihr seht schon, wir sind schon ein bisschen stärker geworden. Wir brauchen jetzt nur noch einmal raufjumpen und das war es mit den Typen. Und ja. Eigentlich, ich kann es ja jetzt sagen, und zwar, ich habe ein neues Mikro und Fraps und das Mikro haben sich irgendwie nicht vertragen. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt hinbekommen habe, aber der Ton, der ist jetzt... Der geht jetzt. Und ja. Feuer war absolut nicht annehmbar und das wollte ich euch echt nicht zumuten. Das war echt... Das war richtig schlecht. Also... Es lag nicht nur am Mikro. Irgendwie der... Der... Der Sound vom... Ingame war auch irgendwie so richtig verschrottet. Ich weiß nicht. Ich konnte es auf einen Schrottplatz packen und das wollte ich euch echt nicht anschauen. Deswegen. So. Steuerung ist ein bisschen... Naja, ich muss mich damit ein bisschen einfuchsen. Können wir da oben hoch? Müssen wir da oben hoch? Ich weiß es nicht. Hier war ich ja anscheinend schon. Obwohl ich mich gar nicht daran erinnere, dass ich hier war. Naja gut, wir gucken mal. Hey, hier war ich ja auch noch nicht, oder? Hä? Achso, von oben. Naja. So, da kann ich nicht runter. Okay. Achso, ich muss da... Ich muss... Ja, ja, ich sehe schon. Ich sehe schon. Ach, wieder... Ein bisschen Zeit ver... 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 Verzer geworfen. Einfach nur mit rumrennen. Ich werde jetzt mal nicht speichern, falls die Aufnahme wieder trash ist am Ende und darf es nämlich nochmal neu aufnehmen. Ich mache diesmal nicht den Fehler und speichere. Ich sollte eigentlich mal langsam aus meinen Fehlern lernen. Aber ich lerne halt ein bisschen langsam. Beziehungsweise mache ich auch gerne mal denselben Fehler, weil ich Hoffnung habe, dass es nicht normal passiert oder sonst was. Das ist aber selten der Fall. Meistens geht es schief. So, da ist nichts, wie ich sehe. Mein Mikro ist ja im Weg. Ähm, aber da war glaube ich nichts. Wie viele Pilze es hier gibt. Na, ist auch gut, weil ich habe ganz schön viele Pilze bekommen im Letztpart, aber auch wieder rausgebasht. Das sind sie! Hä? Ha, haben wir euch. Wo ist Prinz Marmek? Ihr habt unseren Prinz Marmek entführt. Gebt es euch zu. Wir haben Zeugen. Leugnen ist zwecklos. Was? Mario und Luigi, hauptsache die Königreich. Die Superstars des Pilzkönigreichs sind in dieser Gegend unmöglich. Wie viele Es sind da drin? Auch unmöglich. Ah, da ist das fette Viech. Pass besser auf. Die beiden sagen die Wahrheit. Sie sagen, sie jagen eine Hexe namens Luke Miller. Und sie sind stark. Ja, man sieht es, ne? Den habe ich gut gebasht hinten. Ne, was heißt gut gebasht? Im letzten Partys ist es fette Viech, Alter. Ich kriege immer noch Rages, wenn ich das Viech sehe. Und bitte entschuldigt unsere Unwissenheit. Aber unser Prinz Marmek ist von Fremden entführt worden. So weit man ist aus Lachdorf. Lachdorf. Was ist denn das für ein Begriff? Weiter oben in den Bergen. Ja, ich war heute in Lübsdorf. Muss ich gerade dann dran denken. Lachdorf. Gibt es, glaube ich, sogar im Real Life Lachdorf. Wir suchen nach Hinweisen auf die Täter. Erst muss ich nachher mal googeln. Augenzeugen sagen, der Entführer unseres Prinzes trug einen seltsamen Helm und hatte einen Sprachfehler. Aha. Wenn ihr etwas erfahrt, lasst es uns wissen. Patrouille Marsch. Okay, aber gebt mal bitte fremde Leute hier einfach so an, ja? Wenn ihr Beweise habt, okay. Oder wenn ihr einen Verdacht habt, auch okay. Aber bitte nicht so schnell, okay? Dankeschön. So, was geht denn hier ab? Den Lachberg sollte jeder nehmen. Was? Sollte jeder einmal besteigen. Von dort hat man einen fantastischen Blick auf Bohnenland. Bohnenland. Ja, werden wir das vielleicht auch mal machen. Müssen wir vielleicht sogar. Wir sind in Lachdorf auf halbem Weg zum Gipfel des Lachbergs. Dieser Berg ist sehr mystisch. Ah, ich wette, da müssen wir hoch. Wenn man den Berg hinuntersteigt, kommt man nach Bodenburg und zum Schloss Bonia. Die Stadtmenschen sind viel schicker und moderner als wir hier in den Bergen. So ist's. Dann lebt doch einfach moderner. Ich habe am Dorfrand Prinz Marmek gesehen. Ganz sicher. Ein Typ mit einem komischen Helm hat ihn zum Gipfel mitgenommen. Auf dem Berggipfel kann man wandern oder man nimmt den Flukosaurus. Was? Was sei denn das? Wandern ist sehr anstrengend. Der Flukosaurus ist aber ganz schnell auf dem Gipfel. Der Flukosaurus. Das ist bestimmt so ein Tier, was fliegen kann. Wetten? Der Flukosaurus ist schon lange fort. Er hat gesagt, er sucht Prinz Marmek. Seitdem kommt er nicht vom Berggipfel zurück. Ist der Flukosaurus nicht hin? Nicht hier können wir nicht auf den Gipfel. Ich mache mir wirklich Sorgen. Was, so klein ist der? Ähm, ach, überlass das mal mir. Ich komme da schon hoch. In alten Zeiten lebten hier die Ahadier. Die Ahadier. Meine Fresse, ist das Wort schwer. Die Ahadische Kultur war noch hochent... War noch ent... War... Auch heute noch findet man... Auch heute noch findet man hier und dort in den Bergen Relikte aus der Ära der Ahadier. Ahadier, meine Fresse. Ist das schwer? Was? Ihr wollt zur Stadt am Fuß des Berges? Da müsst ihr einfach nur den Weg links weiter folgen. Äh, ja, den letzten Part, den ich nicht hochgeladen habe, wegen Sound und so. Da habe ich mich ganz oft verlesen. Das wäre echt... Das kann ich doch nicht zum Mund. Ich habe das... Ich habe die Videos eh nicht mehr. Ich habe sie gelöscht. Ähm, ich habe aber noch die Tonartei. Also meine Stimme. Die Zeichen an den Wänden sind antike Grinsolüfen. Grinsolüfen. Was ein kreativer. Wenn ich die hochladen soll, dann sag mir Bescheid. Sie stellen Witze dar, welche die Ahadische Kultur entscheidend vorangetrieben haben. Äh, ja. Okay. Was? Ihr wollt zur Stadt am Fuß des Berges? Da müsst ihr einfach nur den Weg links weiter folgen. Ja, dann machen wir das mal. Ich habe die Nase voll vom Dorf. Ich will in Bodenburg leben und das wilde Stadtleben auskosten. Und in das wilde Stadt habe ich gerade gelesen. Mein Gott. So, wir wechseln mal wieder. Habt ihr Klong und Zabong schon getroffen? Sie machen Hämmer von Spitzenquat... Sie machen Hämmer von Spitzenquat... Sie machen Hämmer von Spitzenquat... Ah, wir können nochmal kriegen. Wir können nochmal kriegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss die sofort finden. Ich muss die sofort finden. Wo sind die? Wenn ihr nach links geht, könnt ihr bis zum Fuß des Berges hinabsteigen. Okay, nach oben müssen wir nachher auch mal... Oh nee, nicht krankfrieden. Sind wir gehalten? Ach, scheiß drauf. Einfach in the fight reinjumpen. Rockprinz Malik raus! Naja, der mit seiner Lache. Mein krankfrieden, hör mal auf damit. Schuss vorbei. Nee, er sei doch mit König Bowser abgestürzt. Ich werde das jetzt nicht mehr so lesen. Ich lese jetzt ordentlich, weil das ist einfach nur nervig. Und es ist auch schwer zu lesen. Hab mich wohl eingeholt, während ich mich um Prinz Malik kümmern musste. Nee, he, he, he. Aber du meldest schon einen Schritt weiter im Schloss Bonia. Ihr seid wie immer zu spät dran. Aber zur Sicherheit? Hier endet euer Weg. Oh nee, ja, ja, jetzt brauchen wir die Hämmer, ne? Ja, hab ich mir schon gedacht. Wir müssen schon jedenfalls zerstören, um von diesem Berg in die Stadt zu kommen. Gut. Ja. Dann machen wir das mal. Ich besorge mir dann mal die Hämmer. Ich wette, die Hämmer gibt's oben. Und wenn's die Hämmer da nicht gibt, dann, ja, ich sag mal so, dann sind wir ein bisschen am Arsch. Und ich hab mich gerade verdrückt. Hört mal auf damit. Dankeschön. Ich weiß nicht, warum das immer von alleine angeschaltet ist. Ich hab's nämlich gar nicht angeschaltet. Was befindet sich hier? Lachberg Wanderweg. Ja, ich möchte mal hier reingucken, was hier abgeht. Man sagt, wir seien nachfahrende Ahadier, welche die ahadische Kultur begründet haben. In diesem Land leben hauptsächlich Bohnenmenschen, aber es gibt auch andere Völker wie eben uns. Und hier ist geile Mucke, find ich. Ich hab mir den Ton immer sehr leise. Damit ich, ähm, mich hier selber ein bisschen sprechen höre, damit ich kein Trash-Laber. Ähm, deswegen höre ich die gerade nicht so gut, aber ich höre sie. Und ich mag sie. Ja. Ich muss das immer umstellen. Für Mario muss ich es umstellen und für Luigi. Das bleibt jeweils so, wenn ich es nicht umstelle. Ist ein bisschen schade, find ich. So, also so wieder. Ja, ist ein bisschen Gewöhnungssache. Aber ich krieg's ja schon hin. Aber das größte Problem ist einfach nur das Mikro. Das steht hier voll in meiner Sicht. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie anders platzieren kann. Dann hört ihr mich aber nicht so gut. Dann hört ihr mich so, ähm, Außenraum sprechen, sag ich mal. Ja, also von weit weg irgendwie. Und das möchte ich nicht. Ich möchte genau vor dem Mikro sitzen. Und, ja, muss ich mir mal was überlegen. Wie ich das dann anstelle. Auf jeden Fall hab ich so eine entspanntere Haltung. Also ich krieg da keine Rückenschmerzen mehr jetzt. Freut euch vielleicht zu hören. Vielleicht auch nicht. Wäre es. Kann euch ja gewissermaßen auch egal sein. Und wir haben Sirup erhalten. Am Wasserfall ist es sehr angenehm. Es wäre schön, wenn wir beide für immer hier stehen könnten. Ach, da hab ich auch so meine Wünsche. Da hab ich auch so meine Wünsche. Was ist das? Ne, 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 nicht, 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 nicht. Hä? Warte, 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 warte. Ah, wir brauchen hier. Wir brauchen den Hammer. Wir brauchen den Hammer. Warte mal, wir kriechen das jetzt wieder weg. Ähm. Hier ist ja nix, ne? Ich glaub, hier muss ich Feuer löschen, oder so kann das sein? Ne, ich muss da reinblasen. Aber hier brauchen wir den Hammer. Oh, hier brauchen wir den Hammer. Oh mein Gott. Ja, den Hammer haben wir ja noch nicht. Den müssen wir erst noch ergattern. Den würde ich vorschlagen, wir gehen mal wieder aus der Hülle raus und dann links weiter. Und es spackt gerade etwas. Das tut mir leid. Das hatten wir ja schon. Das hört aber gleich auf zu spacken. Keine Angst. Und wenn nicht, ja mein Gott, dann schneide ich halt nochmal. Ihr könnt das gerne überspulen. Ich schreibe euch das dann hier hin als Anmerkung, wo ihr hinspulen könnt müsst. Oder verlinke euch das, wie auch immer. Aber hier geht's schon wieder, wie ihr seht. So, warte mal. Ja, da habt ihr gerade einen Schnitt erlebt, meine lieben Freunde. Weil Fraps meinte mal wieder, ne? Mich zu verarschen, mich verarschen zu müssen. Achtung, kein Trinkwasser. Sollte dennoch übermäßiger Verzehr stattfinden, bitte durch äußeren Druck abpumpen. Wasser bitte nicht auf Gegenstände spucken. Mal weitergucken hier. Ähm, ich hab immer noch nicht viel... What the hell? Ich hab immer noch viel Speicherplatz, deswegen. Ich hoffe, das schmiert hier nicht wieder ab, die Aufnahme. Da kann wer oder was auch immer kommen. Nichts wird mich umwerfen, schätze ich jedenfalls. Okay. Und ja, das wollte ich sagen. Wenn dieses Ruckeln da kommt, dann heißt das, äh, Speicher wird ein bisschen knapp. Ja, wir können hier aber gerade nichts machen, sehe ich gerade. Na gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Und gehen wir mal links hier weitergucken. Da wollte ich ja sowieso noch hin wegen den Hämmern. Ach, guck mal, da sieht man es schon. Da gibt es die Hämmer, denke ich mal. Das ist der letzte Stein. Zeigen wir, was wir können. Wenn aus diesem Stein nichts wird, ist es aus mit unseren Hämmern. Okay, ja, das mach ich auch immer, aber davon kriegt man Kopfschmerzen. Muss ich mal so sagen. Puh, mit diesem Stein geht es nicht. So kann man nicht arbeiten. Na super, jetzt darf ich euch einen Stein besorgen, stimmt's? Ha, was gibt's denn da zu lotzen? Nichts Besonderes kann auch wieder gehen, wenn ihr nehmt, das bin ich kein Kunde halt. Was sollen euch Hämmer machen? Hm, jo, wäre nicht schlecht, brauchen wir. Hey, ich kenn die Typen, das sind Mario und Luigi, die sind berühmt. Große Hämmer und Springer. Ja, genau, jetzt erinnere ich mich auch. Wieso sind Stars wie ihr an einem Ort wie diesem ohne Hämmer unterwegs? Schon gut, so genau, müssen wir es auch nicht wissen. Was ihr bestellt, das fertigen wir an, schließlich. Schließlich sind wir Profis. Ach ja, stimmt. Aber du hast schon wieder vergessen, dass du Profis bist, ne? Tja, um Hämmer zu machen, brauchen wir Grahanit. Grahanit. Das gibt's auf dem Berggipfel. Aber da der Flugosaurus zur Zeit verschwunden ist, kommen wir nicht zum Gipfel. Nix ist härter als Grahanit. Mit einem Hammer aus Grahanit kriegt man alles mögliche kaputt. Wir würden das Grahanit ja selbst vom Gipfel holen. Aber wir können nicht so gut springen. Was? Ach so, ihr beide seid der Meisterspringer. Ihr steigt also hoch auf den Berg und holt uns etwas Grahanit? Genau, meine Freunde. Das hilft uns sehr. Wenn ihr Grahanit holt, machen wir euch speziell. Dankeschön. Eine Hand fest, die andere. Ja, vielen Dank. Dann würde ich aber sagen, ich mache mal kurz einen Schnitt bis gleich. Gut, ich habe nochmal kurz mit denen hier geredet, die die Brücke gebaut haben, wo sie gerade dabei waren. Und die haben gesagt, ja, noch ein bisschen mit den Dorfbohren reden, dauert noch ein bisschen, ob ich ein bisschen geredet. Und jetzt sind sie fertig anscheinend. Und ich wollte mal sagen, diese fette Klopps, wie ich aus dem Part, den ich nicht hochladen werde, den ich gelöscht habe. Der erste Boss also, den ihr nicht gesehen habt, der hieß Stella. Ja, die Brücke ist repariert. Seid vorsichtig, wenn ihr in die Berge geht. Jo, machen wir. Dann holen wir mal dieses Grahanit. Aber vorher machen wir mal einen kleinen Boss- äh, Bossfight, genau. Machen wir mal einen kleinen Normalo-Fight. Und bash mal die Gegner hier mit richtig geilen Skill-Manövern hier von dem Helm-Pay-Wert-Tube hier heute. Und Abwehrmanöver sind natürlich auch vom Feinsten hier heute dabei. Wieder richtig schlecht. Und wir haben Level 5 erreicht. Habe ich das jetzt schon erklärt? Ich glaube schon, ne? Wenn nicht der meist beim nächsten Level ab. Ich bin gerade ein bisschen raus. Ich weiß nicht warum. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob ich es erklärt habe oder nicht. Das ist immer, weil, falls ich es in diesem Part sogar schon erklärt habe, dann, äh, ich habe dazwischen drei, vier Tage Pause gehabt. Also, ne? Nicht, dass ihr euch wundert. Und ich habe mir das nicht angeguckt hinterher nochmal. Weil ich habe ja schon gesagt, manchmal gucke ich mir das hinterher an, manchmal aber auch nicht. Und wenn, dann gucke ich mir eigentlich fertige Parts an. Ich mache das, äh, nicht so gerne, sondern so halbfertige Sachen von mir irgendwie angucken oder so. Das mag ich nicht. Deswegen. Mag ich zwar auch ab und zu, aber ich mag es nicht. Deswegen. Also, nicht wundert. Oh, jetzt bin ich ja voll gut hier. Oh, ich bin voll gut gerade. Gut. Da haben wir gewonnen. Da muss man ganz kurz wieder L hier, so, zack. Geboom. Ey, so schnell konnte ich jetzt nicht. Das ist bestimmt wieder auf Hyperspeed hier programmiert. Genau. Da aber nicht. Warte mal ganz kurz. Ich möchte das mal ganz, ne? Ich möchte das mal, hallo. Ich möchte das lesen. Hallo. Hallo. Ich möchte, hallo. Hallo. Lesen. Lach, Berg, Wanderweg. Na, endlich. So. Der Typ da kommt auch schon. Gefällt mir überhaupt nicht. Und da ist er auch schon. Ach, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ja, ich schneide euch die Kämpfe größtenteils wahrscheinlich raus, ne? Habe ich auch schon erklärt, glaube ich. Habe ich das erklärt? Ich weiß gar nicht, ob ich das erklärt. Ja, im Part 1 habe ich es, glaube ich, erklärt, ne? Part 2. Ähm, äh, ne, im Part 2 habe ich es erklärt. Und Part 3, den eigentlichen Part 3, den ich ja jetzt löschen musste. Da, weiß ich nicht, habe ich nochmal vertieft. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, dann wisst ihr jetzt halt Bescheid, ne? So, wo geht es jetzt hier lang? Ich sehe gerade gar nicht durch hier. Muss ich mal kurz gestehen, dass ich hier gerade eben gerade so nicht durchsehe. Ähm, hm, 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 hm. Ja, gehen wir mal da hoch nochmal. Ah, da waren wir schon. Und gehen mal hier rüber. Da waren wir nämlich noch nicht, meiner Meinung nach. Zack. Hä? Okay, was, was, was ist das? Was war das jetzt? Muss er von oben runterspringen, oder was? Kein Problem. Gehe ich da halt nochmal rauf. Zack. Zack. Okay, okay. Da noch nicht, ne? So, hier gehen wir jetzt mal runter. Genau. Aber was, 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 was erwartet uns jetzt hier? Wo, wo geht es weiter? Ich würde sagen, das machen wir einfach mal im nächsten Part. Ich beende den jetzt einfach mal hier. Weil ich habe Angst wegen Fraps und im nächsten Part sehe ich zu, dass ich ordentlich vorbereitet bin. Und da würde ich sagen, wenn es gefallen hat, im nächsten Part wieder dabei sein. Okay. weh! Weh! Heavy Bis zum nächsten Mal.